Die Schillerwiese ist einzigartig in Essen. Als Jedermanns-Sportanlage bietet sie die Möglichkeit für alle Essenerinnen und Essener, völlig unabhängig vom Vereinssport, hier Sport zu treiben. Diesen Charakter wollen wir in jedem Fall erhalten. Zugleich wollen wir die Anlage aber auch zukunftsfest machen. Deshalb laden wir Sie ganz herzlich dazu ein. Bringen Sie sich ein, nennen Sie uns Ihre Ideen, machen Sie mit, wie wir es hinbekommen, dass diese tolle Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten Sportangebote für alle Essenerinnen und Essener bereithalten kann.